Hallo und herzlich willkommen zurück hier zur LS22 Mod Vorstellung auf Spielhaus. Ja, ich habe euch ja letztens gezeigt, dass man für wenig Geld natürlich sich eine Unterkunft schaffen kann, wenn man ein Survival Projekt selber anfängt und spielt und natürlich gibt es dann natürlich auch die Steigerungsform. Preismäßig gesehen ist es natürlich billiger und das schauen wir uns gleich mal an im Shop, denn dieses Objekt ist einfach preiswerter als das erste, was ich gezeigt habe, aber es ist natürlich zweckmäßiger, wenn es dann etwas kälter wird. Ein Schlafsack noch gekauft und man hält es dann schon im Oktober, vielleicht sogar im November hier drin aus. Es gibt ja dann noch so kleine Heizer, die man da drin aufstellen kann und da kann man schon unter Umständen um die Runden kommen. Für den Dezember, für den Schneefall, glaube ich, ist es dann nicht unbedingt das Richtige mehr, aber wenn ihr bis dahin natürlich auch Strohballen irgendwie organisiert habt, könnt ihr die natürlich hier ringsrum lagern, als, sag ich mal, Windschutz, als Kälteschutz und natürlich könnt ihr auch Stroh innen ausbringen, wenn es wirklich mal ernst ist. Nirgendwo schläft es sich besser als in einer Scheune, sagt man ja. Das liegt natürlich an dem Stroh, der hält warm oder es hält warm. Und den selben Effekt könnt ihr aber auch mit Zeitungspapier erreichen, indem ihr das etwas leicht knüllt und dann euch damit das in die Sachen stopft und dann hält das auch warm. Wie gesagt, wie eine Zwiebel immer einpacken, das schützt vor Kälte. Aber hier weiter zum Mod. Wie gesagt, 50 Euro habt ihr hier ein wunderbares Zelt ergedrückt und ihr könnt natürlich auch hier bis zum nächsten Tag durchschlummern, wenn ihr das wollt. Und ihr habt natürlich hier einen Spawn Point auf eurer Karte, wenn ihr es mögt, ein Survival-Projekt zu machen. Viel gibt es hier leider nichts dazu zu sagen zu dem Mod, außer wie gesagt, 50 Euro Schlafmöglichkeit und das war es auch schon. Ihr könnt nicht reingehen in das Zelt, das ist nicht möglich. Aber ich sag mal, für Anfänge ist das oder für den Anfang in einem Survival-Projekt oder ähnlichen ist das. Oder vielleicht auch für ein Rollenspiel. Das ist, ja, keine Ahnung, der Mensch, der leider im Leben nicht unbedingt Glück gehabt hat und das ist alles, was ihm geblieben ist, dem ihr vielleicht eine Chance gebt. Wie auch immer. So kann es sein. Und das ist das Zelt. 50 Euro eure Basis für vielleicht ein Survival- oder Überlebensprojekt. Wie auch immer. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däubchen. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Mod-Verstellung. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf bald. Ciao, ciao.